Willkommen zurück bei der Tunnelreporterin. Ich stehe hier gerade im Ostteil der Südröhre, da ganz hinter mir könnt ihr vielleicht den Durchbruch erahnen, den ich euch vor kurzem gezeigt habe. Und hier wird auch weiterhin fleißig gearbeitet. Wie ihr hier hinter mir erkennen könnt, wird hier nämlich die Erde gerade abgetragen. Da wo ich gerade stehe, ist eine Differenz von der Decke bis zum Boden von etwa sieben Metern, da hinten allerdings nur von fünf. Sprich, der ganze Teil da hinten muss noch abgetragen werden, damit hier dann die Bewährung und der Beton drauf kommen kann. Wenn wir hier dann fertig sind, geht es für die Baustelle rüber in die Nordröhre, hier hinter mir. Und da muss ja die ganze Ausgrabung erst mal stattfinden, damit dann auch der Durchbruch zum Westteil der Nordröhre stattfinden kann. Das war's von mir für dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann!